Hallo und herzlich willkommen im Amselnest. Ich bin Jael, Studentin der Kultur- und Medienbildung und Mama von drei kleinen Mädchen. Mein Herz schlägt für die Musik und für lebendiges, gesegnetes Familienleben. Und genau diese zwei Dinge treffen hier im Amselnest zusammen. Du bist größer als ich, du bist stärker als ich, du bist mein guter Herzen. Auch wenn ich dich nicht spüre, bist du immer bei mir, du bist immer für mich da. Eine kleine Amsel möchte dich einladen, mehr Musik in deinen Familienalltag zu bringen und dir dafür Anregungen für die Gestaltung deiner eigenen Familientradition und Rituale mit an die Hand geben. Vorkenntnisse sind dafür nicht erforderlich. Vielen Dank für den Regen, putze meine Zähne, schäum sie mit Creme ein. Es regnet, es regnet, Lichtlein, 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 geh nicht aus. Auf dem Blog einekleineamsel.de erscheinen dafür in regelmäßigen Abständen Lieder, Verse und Spielideen sowie Wissenswertes zum Thema Singen und Musizieren mit Kindern. Ich freue mich, wenn du dich einladen lässt, wieder oder ganz neu in die musikalische Interaktion mit deinen Kindern zu treten. Bis dann! Immer, immer, immer bist du da. Immer, immer, immer bist du da. Immer, 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 bist du da. Untertitelung des ZDF, 2020